Ja, moin zusammen und Gruß aus dem Münsterland. Hier nochmal zwei absolute Neuigkeiten vom Caravan Salon in Düsseldorf. Das ist einmal von der Firma Policini der elektrische Rollereinzug. Eine völlig geniale Geschichte, denn damit können Roller bis 160 Kilogramm ganz einfach in das Fahrzeug eingezogen werden. Überhaupt keine Probleme mehr. Er wird vorne arretiert und dann fährt er elektrisch nach oben. Also wirklich, das ist schon was wirklich Geniales. Und von der Firma Zuschienen Bukom gibt es dieses Rollersystem, womit schwere Motorräder auch bis 300 Kilo manuell in das Fahrzeug eingeschoben werden, aber dann auch noch seitlich verschoben werden können. So ist natürlich in der Garage wirklich super viel Platz. Beide Systeme finde ich genial und wir werden sie ab jetzt sofort anbieten. Bis dahin und viele Grüße, viel Spaß, wer auf die Messe geht. Bis dahin, tschüss. Sehr geil. Sehr geil. Dankeschön.